In einem von den letzten Videos habe ich euch ja hier diese Holzprofi-Brikettpresse gezeigt. Das ist ein richtig cooles Teil, die hat schon einiges an Hobelspänen und Sägespänen verpresst und das läuft alles auch derzeit schon wirklich sehr, sehr gut und ihr habt jetzt auch schon einige Stunden hier in der Werkstatt gelaufen. Was ist aber so eine Sache, wo man vielleicht verbessern könnte und darum geht es in dem heutigen Video und zwar ist das die Automatisierung. Sagen wir einfach mal, dass ich ein bisschen früh aus der Werkstatt verschwinde, sagen wir einfach mal um 16 Uhr, meistens ist es 18 Uhr mittlerweile, wenn ich hier rauskomme, nichtsdestotrotz sagen wir einfach mal, ich habe morgens noch einen Termin, dass ich zum Steuerberater muss oder oder oder, dann sind das oftmals viele Stunden, in denen die Brikettpresse normalerweise nicht läuft. Jetzt aber mittlerweile nicht mehr, denn ich habe das System so gebaut, dass ich es fernsteuern kann. Das heißt, ich sitze morgens im Büro um halb sieben, drücke ich die Brikettpresse an, kann das mit einer Kamera überwachen und dann hat die Brikettpresse so schon einige Kilos gepresst, als ich noch gar nicht hier in der Werkstatt bin, mega geil, sie ist zwar nicht laut, aber das Geräusch nervt doch irgendwann so ein bisschen, wenn man dann hinten normal in der Werkstatt noch was arbeitet. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Die Funktionsweise der Brikettpresse wollte ich in keinster Weise einschränken, das bedeutet, ich kann immer noch normal die Maschine ein- und ausschalten. Daran hat sich nichts geändert, nur dass ich jetzt so die tolle Funktion habe, dass ich auf meinem Smartphone die App SwitchBot öffnen kann und kann halt eben jetzt, ich zeige es euch mal, mit diesem Taster die Brikettpresse starten. Und mit diesem Taster kann ich die Brikettpresse wieder ausschalten. Das kann ich von überall aus machen, weil das übers Internet geht und jetzt zeige ich euch mal, wie das System im Detail funktioniert und genau, das gibt es jetzt. Hier seht ihr die regulären Taster, einmal zum Starten, einmal zum Ausschalten und das hier sind SwitchBots. So heißen die auch, das heißt, wenn ihr googelt oder ich packe euch mal die entsprechenden Links natürlich auch unten in die Beschreibung, das hier ist ein SwitchBot, davon könnt ihr euch so viele kaufen, wie ihr wollt. Der ist zum Einschalten, der ist zum Ausschalten. Also, wie sieht das aus, wenn ich jetzt auf meinem Handy die App starte? Ich drücke hier auf Einschalten und jetzt fährt hier, jetzt fährt hier mechanisch ein Taster aus, ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Also, zum Starten und zum Ausschalten. Das ist es schon, mehr ist es tatsächlich nicht. Natürlich ist es wichtig, dass man dennoch so ein System im Blick hat. Man muss ja wissen, wie viele Späne sind drin. Vielleicht verhakt sich irgendwas unten an den Andrückblechen und vielleicht macht die Brikettpresse dann keine Briketts, weil unten irgendwie nichts mehr nachfällt. Das heißt, man muss irgendwie sich das System immer anschauen können, ob halt eben was ist. Vor allen Dingen könnte ich nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht gesehen habe, dass die Maschine aus oder halt eben an ist. Das bedeutet, ich habe oben von Eufy eine Überwachungskamera, mir für kleines Geld jetzt noch dazugekauft zu meinem bestehenden System. Da kostet so eine Kamera ungefähr 50 Euro oder so, habe ich ausgegeben. Und da kann ich halt eben jetzt einfach mit einem Schwenkopf mir die Brikettpresse ansehen. Und was noch viel wichtiger ist, ich kann dazu auch noch meinen 3D-Drucker, der da oben auch gerade fleißig etwas druckt, den kann ich auch überwachen. Geiles System. Ich bin jetzt derzeit am Überlegen, dass ich mir noch einen Switchbot hole. Dass ich zum Beispiel mal angenommen hier einen 3D-Druck laufen lasse und ich weiß, okay, der braucht jetzt noch ungefähr drei Stunden, um 18 Uhr mache ich Feierabend und um 9 Uhr will ich halt eben auch, dass der 3D-Drucker komplett aus ist. Da war hinten ein mechanischer Schalter, da könnte ich jetzt auch einen Switchbot installieren, dass der auch einfach den 3D-Drucker nochmal ausschaltet. Und das kann ich da auch jetzt noch ergänzen. Ob ich es jetzt mache, weiß ich erstmal nicht. Aber die Möglichkeit ist einfach umzusetzen, so ein Switchbot kostet 20 Euro. Thema Überwachungskamera. Ich zeige euch gerade einmal, wie das Ganze aussieht, wenn ich das Ganze starte. Hier sieht man einmal die Brikettpresse, da kann ich sogar jetzt noch ranzoomen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, dass noch Material in dem Spänebunker drin ist. Und da sehe ich jetzt ganz genau, okay, da fallen Briketts noch raus oder halt eben nicht. Ich schaue zum Beispiel, wenn ich abends heimkomme, schaue ich einfach da kurz drauf, ob da im Takt die Briketts hinten runterfallen und dann weiß ich halt, okay, alles läuft ganz normal. Oder halt eben nicht, dass sich vielleicht irgendwas verklemmt haben sollte, was übrigens noch nicht passiert ist. Nur daran kann ich es halt eben erkennen. Mit der Überwachungskamera kann ich, wie gesagt, auch den 3D-Drucker überprüfen. Da muss ich es halt einfach ein Stück hochfahren. Apropos 3D-Drucker, das läuft. Hier noch eine wichtige Information zu diesen Switchbots. Wie läuft denn das Ganze eigentlich ab? Also ich habe am Anfang nämlich einen Fehler gemacht. Ich habe mir diese beiden Switchbots gekauft und dann kann man die schon steuern. Dann geht es aber nur per Bluetooth. Ihr braucht noch den Mini-Hub. Ich werde euch das Teil verlinken, kostet glaube ich 40 Euro oder so. Den stöpselt ihr einfach bei euch an die Fritzbox oder halt eben an die Internetversorgung. Und dann könnt ihr das Ganze nämlich übers Internet steuern. Dieser Mini-Hub, der gibt einfach ein Signal, wie der genau das macht, weiß ich nicht. Ist mir auch eigentlich auch ganz egal. Er gibt dann von diesem Mini-Hub, der gibt dann ein Signal an diese Switchbots, welchen man halt eben bedienen möchte. Man kann übrigens auch mit den Switchbots, das ist ganz cool, auch einen Wechselschalter betätigen. Also generell sind die Switchbots so aufgebaut, dass man alles mit steuern kann. Da ist eigentlich für jeden Fall was gemacht, dass man es halt eben nutzen kann. Zum Beispiel hier so einen Ausschalter. Da bräuchte man theoretisch ja zwei Switchbots, der einmal unten das Ganze betätigt oder oben, je nachdem ob man es ein- oder ausschaltet. Da gibt es aber einfach so ein Klebeteil, dass man halt eben das auf dem Schalter festklebt, dass der Switchbots bei dem Hochfahren, dass der den Schalter wieder hochzieht und somit das Ganze ein- und ausschaltet. Das heißt, ihr könnt mit einem Switchbots, könnt ihr die auch so einen Wechselschalter betätigen. Was ich auch so gesehen habe, haben Leute dann eine Automatik gemacht, dass dann immer zum Beispiel morgens um 7 Uhr dann dieser Switchbots betätigt wird, dass zum Beispiel die Kaffeemaschine, der Drucker oder was auch immer, dass das dann halt eben auch eingeschalten wird. Das mache ich hier jetzt noch nicht. Das heißt, die Maschine läuft nur, wenn ich auch aktiv auf diesen Knopf drücke. Aber sind wir ganz ehrlich, das ist kein Aufwand, das ist vertretbar, würde ich sagen. Was für mich als Content Creator, das hört sich immer so hochtrabend an, was für mich als Typ interessant ist, der halt eben Videos macht, ist auch einfach, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel etwas aufnehme und die Brikettpresse ist zum Beispiel eingeschalten, dass ich dann sage, okay, ich muss jetzt kurz etwas in die Kamera sprechen, dann kann ich mit dem Smartphone die Maschine kurz ausschalten, muss nicht jedes Mal hoch- und runterlaufen, weil da wird man auch immer ein bisschen Bananen im Kopf, wenn man immer hoch- und runterläuft, um die Maschine ein- oder auszuschalten. Ich kann es halt eben ganz entspannt von hier jetzt vor der Kamera ein- oder ausschalten, ist, wie ich finde, wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Jetzt habe ich sie gerade wieder eingeschaltet, jetzt mache ich sie wieder aus. Zack, ist wirklich ein cooles System. Weil mich manche fragen, natürlich brennen die Briketts sehr, sehr gut. Die brennen sehr lange, die haben einen sehr guten Heizwert. So sieht es dann ungefähr im Ofen aus. Schön warm. Hier haben wir jetzt eine Kiste mit Briketts. Das sind zum Beispiel Drechselspäne, deswegen sind hier so lange Fasern dabei. Lasst euch nicht irritieren mit den Spänen, die da unten drin sind. Ich hatte Späne auf dem Boden, die habe ich in die Maschine reingeschaufelt und da ist eine große Ladung hier in die Kiste reingefallen. Bei dem Briketts bröckelt sehr, sehr wenig nur ab. Ich zeige euch mal, was ich so jetzt in den letzten Tagen gepresst habe. Und das sind tatsächlich schon einige Säcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jeder Sack hat zwischen 30 und 40 Kilo. Das bedeutet, ich habe in der einen Woche jetzt ungefähr 300 bis 400 Kilogramm am Briketts hergestellt. Ihr steht vielleicht mal vor der Entscheidung, euch so eine Brikettpresse zuzulegen. Dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Denn auf unserer Webseite findet ihr ein Kontaktformular, das er uns einfach mal anschreibt. Dann können wir einen Termin ausmachen. Ihr könnt eure Hobel, Säge oder was auch immer für Späne mitbringen und könnt halt eben die Maschine hier vor Ort einfach mal testen. Ihr kippt euer Material rein und seht einfach, wie die Briketts hinten dann rauskommen. Wie gesagt, einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Da gibt es dann noch im besten Fall ein paar weitere Informationen. So Leute, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Video zur Presse gewesen sein, aber das hier mit der Automatisierung wollte ich in einem separaten Video abdecken und das soll es für heute gewesen sein. Ciao.